Hast du dich schon mal gefragt, wie viel Kapital du eigentlich brauchst, um eine monatlich attraktive Dividendenausschüttung zu bekommen? Oder du gehst das Ganze andersherum und sagst, ich möchte gerne 500 Euro im Monat in Dividenden haben. Wie viel Kapital brauche ich eigentlich dafür? Nun, ich sag's dir. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn. Ja, und wir springen direkt in diese spannende Frage rein, weil die Dividendenstrategie als solche ist ja bei Privatanlegern sehr beliebt. Und ich möchte einfach so ein bisschen falsche Illusionen wecken, was die Dividendenstrategie kann und was sie nicht kann. Und dann auch noch ein paar interessante Gedanken dazu mit euch teilen. Also grundsätzlich springen wir jetzt einfach direkt hier an den Computer und ich habe hier so einen richtig schönen Chart entdeckt. Eine kleine Tabelle und eine Formel, anhand derer man sich das, was ich im Intro gesagt habe, ganz einfach ausrechnen kann. Eigentümer dieser schönen Grafik ist hier der liebe Christian Röhl. Von dort stand auch, also von seiner Webseite Dividendenadel stammt hier diese Grafik. Ich habe sie jetzt nur noch mal hier in diesen Browser gezogen, damit ich sie ein bisschen vergrößern kann. Und du siehst jetzt hier immer auf der linken Seite das Monatsnettoziel, also abzüglich der Steuern, weil die muss man natürlich immer bei Dividenden berücksichtigen. Die jeweilige Summe, also wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Euro im Monat an Nettodividende haben möchtest, wie viel Kapital brauchst du dann und dann immer bezogen auf den Einstandskurs. Das heißt, je höher die Dividendenrendite ist, desto weniger Kapital brauchst du natürlich, um dieses Monatsziel zu erreichen. Jetzt haben die hier auch so eine Vorstellung gemacht, also wie das Ganze bei 500 Euro zum Beispiel funktioniert. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt 1000 Euro im Monat haben und bei einer Dividendenrendite von nur 1% brauche ich extrem viel Kapital, nämlich 1,6 Millionen Euro. Wohingegen, wenn ich eine richtig gute Dividendenrendite von 5% schaffe, was eigentlich in Bezug auf den Einstandskurs, wenn man über längere Zeit investiert und die Unternehmen die Dividende fleißig steigern können, irgendwann dann auch ziemlich realistisch wird. Ja, es gibt manche Leute, die haben schon weitaus höhere, wenn sie jetzt richtig lange schon investieren. Ich habe auch bei einigen Dividendenwerten, die ich schon sehr lange habe, eine viel bessere Dividendenrendite als jetzt 5% beispielsweise. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel flächendeckend 5% erreichen würdest, dann bräuchtest du für diese 1000 Euro, schaut mal, viel, viel, viel weniger, nämlich nur 325.000 Euro Kapital insgesamt. Ja, wir machen jetzt mal die Formel einfach mal durch anhand einer Rechnung, einfach damit du das Ganze auch selber, wenn du auf einer Party bist irgendwie und mal so richtig angeben willst mit deinem großen Depot oder so, dann kannst du das Ganze auch dort vorrechnen, ja, und zwar mit 25.000 Euro. Ja, ich möchte nämlich irgendwann mal 25.000 Euro im Monat an Dividendenzahlungen passiv erhalten. Das ist, finde ich, für die Rente so ein richtig gutes Ziel, ja, dass man halt nicht jeden Euro immer umdrehen muss dann und die Inflation muss man ja auch noch mit einrechnen und so und von daher finde ich, das ist ein solides Ziel. Und jetzt nehme ich diese 25.000 Euro anhand von Christians Formel, mache jetzt erst mal mal 12, ja, wegen den 12 Monaten logischerweise, sondern jetzt haben wir 300.000. So, und jetzt in Bezug auf die Dividendenrendite, ich teile jetzt mal etwas konservativ und zwar 0,035, also gehe von so einer Dividendenrendite von 3,5% im Durchschnitt aus. Zack, und dann habe ich hier jetzt sozusagen den Bruttobetrag, also ich bräuchte 8,5 Millionen in Dividendenaktien angelegt, aber hier ist die Steuer nicht berücksichtigt. Ich muss jetzt hier sozusagen noch die Abgeltungssteuer mit berücksichtigen, das heißt, ich teile das Ganze nochmal jetzt hier in Form der Abgeltungssteuer durch 0,74 und dann habe ich den sozusagen den Betrag, den ich eigentlich, ja, sozusagen Vorsteuer brauche, das sind die 11,5 Millionen in angelegten Dividendenaktien, um eben dann eine monatliche Ausschüttung von 25.000 Euro zu erreichen. Und das sieht auf den ersten Blick extrem viel aus, ja, aber ich finde, das ist schon über eine längere Zeit durchaus machbar, wenn man einfach über mehrere Jahrzehnte konsequent weiter investiert, auch in solchen Zeiten wie jetzt beispielsweise nicht die Nerven verliert, sondern weiterhin langfristig denkt, seine Strategie weiter durchzieht, Gehaltssteigerungen auch reinvestiert, die Dividenden zwischendurch auch reinvestiert und so weiter. Und dann ist das durchaus schon machbar, aber natürlich, wenn man es nicht schafft mit dieser Rendite, muss man sich mit dem klar zufrieden geben, was halt bei rauskommt. Die einen mehr, die anderen weniger. So ist es natürlich immer im Spiel, das Kapitalismus, ja. Da brauchen wir jetzt nicht groß rumjammern deswegen. Also viel interessanter ist es dann doch, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, weg mal von dieser etwas sehr positiven Rechnung. Wie ist es denn sozusagen, wenn ich jetzt nicht so viel auch immer Geld einzahlen kann und so weiter? Weil hier ist es nämlich auch bei vielen Leuten so, dass sie so ein bisschen so falsche Vorstellungen davon haben und man sagen, ja, ich kann ja schon 2000 Euro passiv verdienen mit Dividenden, ich investiere jeden Monat fleißig mit meinem Sparplan und so. Aber Vorsicht, ich habe das Ganze mal hier auf Zinsen berechnen mal eingegeben. Und wenn du jetzt ein Anfangskapital von 5000 Euro hast, was ja für einen jungen Menschen schon mal gar nicht so wenig ist. Klar, viele von euch Turbokapitalisten haben schon viel mehr, weil sie fleißig arbeiten und einfach schon länger auch sich mit Aktien und so beschäftigen. Aber nehmen wir jetzt mal so einen, keine Ahnung, so einen 20-Jährigen, der 5000 Euro Startkapital hat, weil er irgendwo eine Bank ausgeraubt hat und deswegen was anlegen kann, ja. Und der sagt sich jetzt, okay, Sparrate 250 Euro jeden Monat reingehasselt und eine durchschnittliche Rendite von 8% pro Jahr, ja, was einfach so die historisch durchschnittliche Aktienrendite ist. Du kannst natürlich je nachdem, was du von der Zukunft auch ausgehst, sagen, wir werden solche Renditen gar nicht mehr in Zukunft erzielen. Dann müsstest du natürlich hier eine noch niedrigere ansetzen, ja. Und dann eine Ansparzeit von 30 Jahren. Schaut mal, wenn jetzt natürlich hier noch Dividenden mit einer Rücksicht spielen würden, zwischendurch schon, dann müsstest du natürlich hier noch die Steuern mit dazu auf diese Dividenden irgendwann berücksichtigen. Und sonst hättest du hier mit diesen Daten 404.000 Euro Kapital nach 30 Jahren, ja. Was natürlich schon eine interessante Menge an Kapital ist, aber jetzt noch nicht bei weitem ausreicht, um jetzt mal eben diese 2.000 Euro netto zu bekommen. Weil schau mal hier, 2.000 netto, 400.000, das sieht nicht so gut aus. 400.000, haben wir sie irgendwo, nee, ja. Selbst sehr optimistisch mit 5% Dividendenrendite gerechnet, bräuchtest du schon 650.000 Euro, um hier auf deine 2.000 netto zu kommen, ne. Und das zeigt halt mal wieder, okay, es dauert schon einige Jahrzehnte bei normalen bis niedrigen monatlichen Einzahlungen, die man in so einem Depot leistet, ja. Klar, Dividenden steigen und Kurse steigen und so weiter, habe ich ja auch hier dann berücksichtigt in der Sparrechnerformel. Aber man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass man einfach mal so mit so 10.000 Euro, die man angelegt hat, schon jetzt irgendwie richtig viel Dividende die ganze Zeit kassiert. Darum geht es bei der Dividendenstrategie nicht. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht vom Ansatz her, dass man in jungen Jahren noch nicht so übertrieben krass immer auf die Dividendenstrategie und so weiter setzt und achtet. Klar, das kann man langfristig als Motivation und so weiter machen, ja. Aber man muss immer auch eine Sache berücksichtigen, auch wenn man jetzt zum Beispiel an den Dividendenadel und so weiter denkt, ne. Christian Röhl, ja, ich habe ja auch schon öfters mit ihm einen Podcast gemacht, ihr müsst immer auch bedenken, ist jemand, der sehr erfolgreich vor sozusagen diesem ganzen Dividendenthema auch Firmen aufgebaut hat und investiert hat und diese Firmen dann verkauft hat und dann natürlich in Dividenden angefangen hat, sehr stark zu investieren. Er hat natürlich davor wahrscheinlich auch schon sehr viel investiert, aber da sind halt die großen Kapitalbeträge, mit denen dann natürlich so eine Dividendenstrategie auch richtig zur Geltung kommt. Nicht falsch verstehen, ich sage nicht, man soll keine Dividendenaktien und so weiter kaufen. Ich sage nur, wenn du jetzt voll und ganz auf die Dividendenstrategie setzt in jungen Jahren mit wenig Kapital, dann wird es einfach sehr, sehr, sehr lange dauern, bis du davon auch eine ansprechende monatliche Nettosumme an Cash rumliegen hast. Das ist einfach nun mal Realität, ja. Jetzt kann man natürlich auch noch so ein bisschen herumrechnen. In meinem Fall, schaut mal hier, da ist es zum Beispiel sogar so, hier in Spanien, La Venta de Actiones, ne. Da ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel, also es gibt hier keine 800 Euro Freibeträge zum Beispiel, aber ich zahle zum Beispiel bis, also als Privatperson jetzt 6.000 Euro Ganancias, also sozusagen Gewinne, nur 19% steuern. Darüber bis 44.000 Euro Gewinne, ja, also tatsächlich veräußerte Gewinne, zahlt man nur bis 21% Steuern, das ist ja schon mal eine Menge, ne. Und dann darüber hinaus, also excederte 50.000 Euro, zahlst du sozusagen auch nur 23%. Das heißt, das hat natürlich dann auch noch einen, wenn auch kleinen in diesem Fall Einfluss, aber schon natürlich auf Dauer darauf, wie viel du sozusagen an Nettovermögen brauchst, angelegt, damit, damit das Ganze schön mehr rumkommt. Ich würde das mal schätzen, so, wenn ich das mir jetzt mal hier so angucke, könnt ihr gerne mal nachrechnen anhand der Formel, ja. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass ich da durchaus so eine halbe Mio bis eine Mio weniger bräuchte hier in Spanien, weil ich einfach hier weniger Steuern auf Dividenden und so weiter zu zahlen habe. Damit jetzt aber irgendwie bis ans Ende des Lebens zu rechnen, ist auch sehr illusorisch, weil wer weiß, wer in 30, 35 Jahren dann irgendwann hier an der Regierung ist oder ob Mallorca überhaupt noch existiert, wissen wir ja alle nicht. Und von daher, genau, sollte man auch immer bei diesen sehr weiten Prognosen immer aufpassen, immer schön ein bisschen konservativ rechnen und dann geht eigentlich alles gut. Aber mein Ansatz ist es ganz klar, erst möglichst viel einzahlen auf meine ganzen Investmentkonten, möglichst viel Geld verdienen als Unternehmer und dieses Geld dann nach und nach zur Börse zu bringen. Ja, auch ich bekomme jetzt hier schöne Dividendensaison aktuell. Könnt ihr euch auch gerne die MyDividends App runterladen. Da seht ihr dann zum Beispiel immer, wie viele Dividenden ihr bekommt und habt ihr einen Dividendenkalender und ich kriege jetzt halt eine schöne Dividendenzahlung ins Firmendepot zum Beispiel auch jetzt und so. Aber trotzdem ist das noch nicht meine erklärte Strategie, möglichst viele Dividenden jetzt zu bekommen, sondern ich versuche viel Vermögen aufzubauen und dann, je älter ich werde, wird mehr und mehr auf Ausschüttung umgestellt. Und ich habe mich auch bei der Vorbereitung für dieses Video ein bisschen zurückgeändert an dieses Video, was ich damals mit Torben gemacht habe. Das ist schon mehrere Jahrzehnte her vor Corona und so weiter. Und da war er 24 Jahre alt und hat damals schon auch so nach und nach in Immobilien investiert. Weil viele Leute, die wissen halt einfach gar nicht, dass wenn sie eine solide, gute Festanstellung mit einem guten Fixgehalt haben, dass sie dann schon eigentlich ziemlich leicht auch über eine Bank eine kleine Immobilie finanziert bekommen. Und er hat in dem Video halt sehr viel auch erzählt, wie er das in Hamburg zum Beispiel macht. Da gab es dann auch die ein oder anderen Kommentare wieder. So wie immer bei YouTube. Die ganzen Troll-Kommentare, die alle immer vorrechnen in der Theorie, warum das nicht funktioniert. Und er dann aber tatsächlich auch geantwortet hat, doch, ja, er hat seine erste Wohnung irgendwo hier, ich lese jetzt den Kommentar gerade nicht, ich blende ihn nochmal ein, irgendwie für 74.000 Euro in Hamburg gekauft. Das hätte eine ganz kleine Wohnung gewesen, aber so hatte damit angefangen, ja. Und die dann einfach nach und nach vom Mieter abzahlen lassen und diese dann wieder verkauft und wieder in die nächste Immobilien und so weiter investiert. Und mit der Strategie eben bis zum so 35. Lebensjahr halt einfach vor allem mit Immobilienvermögensaufbau zu betreiben, dann diese Immobilien zu verkaufen und dann in Aktien umzuschichten, sodass du einfach schon einen größeren Kapitalbauch hast, den du dann für dich arbeiten lassen kannst, ja. Also natürlich hat eine Immobilie auch Risiken, das ist vollkommen klar. Ich will nur sagen, um wirklich reich zu werden oder richtig große Vermögensbeträge aufzubauen, damit man so schnell von der Dividendenstrategie profitieren kann, reicht es einfach nicht, nur so einen Sparplan zu haben und irgendwie dann zu hoffen, dass der irgendwie die maximale Rendite irgendwie bringt, ja. Ja, soviel erstmal zu diesem Video, kannst du gerne mal auch das Ganze anschauen und selber durchrechnen. Ich verlinke dir einfach die Webseite vom Dividendenadel mit der entsprechenden Grafik hier unter diesem Video, ja. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als schönes Wochenende für euch. Und wenn du noch gar kein Aktiendepot hast, dann habe ich auch noch einen kleinen Tipp für dich. Und zwar ist es natürlich auch immer so, dass je weniger zahlst du für die Dividendenausschüttungen bzw. für die Käufe von Aktien, desto mehr bleibt für dich investiert und desto besser für dich. Und ich habe dir ein richtig cooles Angebot hier besorgt beim CapTrader, wo ich auch mein eigenes Firmendepot habe, ja. Und hier kriegst du bis zu 30 Euro Ordergebühren als Cashback zurück, wenn du ein Konto eröffnest. Und ich will das Ganze jetzt mal kurz vergleichen. Dazu kommt demnächst dann auch ein längeres Video nochmal explizit mit dem Broker CapTrader und all den ganzen, ja, Angeboten und so weiter, die man über diesen Broker hat. Und hier jetzt als Beispiel mal, wenn du jetzt zum Beispiel bei CapTrader, das habe ich auch schon direkt gemerkt, als ich so Tesla-Aktien in den letzten Monaten und so weiter dort gekauft habe, weil DeGiro mich ja rausgeworfen hat, diese Halunken, ja. Ist einfach so, die bieten keine Firmendepots mehr an. Und ich habe mich halt so gewundert, dass die Gebühren noch niedriger sind als dort teilweise. Du zahlst dann halt hier zum Beispiel, wenn du für 10.000 Dollar an der New Yorker Börse irgendwie Apple-Aktien oder so kaufst, hast du halt hier Gebühren von 2 Dollar. Und das ist dann schon, wenn du das mit anderen teilweise vergleichst, Linksbroker auch noch richtig günstig, ja. Trade Republic natürlich auch, aber die haben ja wie gesagt nicht die US-Börsen und viele andere Angebote und so weiter nicht. Deswegen jeder Broker immer für seine entsprechende Zielgruppe oder auch natürlich für das entsprechende Ziel, wofür du das einsetzen musst, seine Berechtigung. Aber wenn du das mit so den konventionellen Brokern und so weiter vergleichst, kommst du hier echt richtig, richtig günstig bei weg. Ja, soviel noch kurz dazu am Ende. Ansonsten jetzt schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.